Oh lol, hä, wie kurz, hä? Was denn? Wie kurz hab ich denn für das, für das Hundefutter machen gebraucht? Lange und da, ihr dürft schon drauf. Okay. Ich bin ja auch schon drauf. Aber wundere dich nicht, wie es bei uns aussieht. Ich hab ein bisschen umdekoriert. Und warum kann ich nicht? Ach, ich muss essen. So viel anders ist das ja gar nicht. Dann kommen wir nach unten. Ja gut, unten hab ich's noch nicht gesehen. Ja, ein bisschen was. Wann hast du das bitte schön gemacht? Als ich die Kisten bei uns immer wieder nachgefüllt hab. Guck mal hier in deine Kiste rein. Aaron, wir müssen den Sternenwald auswechseln, der verliert an Energie. Okay. Und ich hab jetzt alles hinten schön versteckt. Versteckt. Bei euch hab ich auch in der Baumfarm immer mal wieder Äxte und Kohle nachgelegt. Und in eurem automatischen Sieb auch ein bisschen was gemacht. Also nachgelegt. Danke, danke. Ja, wie gesagt. Eine Gemeinschaft. Das ist so. Aber Sissi, ich brauch die Eisenblöcke. Oh. Die du jetzt schon hast. Oh, danke. Dann kann ich die Quest fertig machen. Oh, danke. Das ist ein gutes Ergebnis geworden, oder? Du willst nicht wissen, was wir haben an Ressourcen. Auf jeden Fall brauch ich jetzt definitiv... Achso, und ich kann die My Inner Mindstorm Quest auch fertig machen jetzt, wenn das Zeug da unten Strom hat. Auf jeden Fall brauch ich jetzt... Auf jeden Fall brauch ich jetzt erst mal... Hä? Strom. Bin ich bescheuert? Oh. Muss ich das hier reinlegen? Ne, das muss dort rein. Hm. Ach da, Arvin, ich bescheuert. Ich hab das ins falsche Fach gelegt. Was mach ich denn? Tessa, komm, hopp, ich geh was essen. So, ähm. Ne, die Kiste war mal früh. Bisschen was durchgegangen. Ja, guck, hier rein. Diamanten hab ich grad im Gepäck und das Eisen. Ähm, da hin. Quest. Willst du die von Mindstorm abgeben? Weil das ja eher dein Speed ist. Die mit dem, äh, Carbon Nanotubes. Aber warte mal, du kriegst ES, haben wir schon... Ja, da haben wir so, dann stell ich mal direkt zur Kiste, falls du das ES nehmen solltest. Weil Silber... Ist nicht, äh... Wobei Silber, haben wir das hier irgendwo? Gold... Aluminium, Copper, Eisen... Wär vielleicht angebracht, das Silber zu nehmen, das Silber zu nehmen, oder? Ne, Silber kriegen wir 100%, ich kann jetzt auswählen zwischen Gold und, äh, ein Stereoom. Achso, na, äh, äh, musst du jetzt wissen, also, das überlasse ich ganz dir, das ist deine Quest. Braucht man für Enderperlen, wow. Dann nehm ich das andere. So, ich brauch den... Darf ich schon, oder? Ja, du darfst. Hatsch. Hier ist die Webbank. Gut. So, Ike, erst muss ich dann den Strom machen, wäre dieses... Hm? Ähm... Obwohl... Äh? Vielleicht... Obwohl, warte mal, wenn ich den Generator unten hinstelle, dann kann ich kurz den Stern von uns nehmen, damit wir dann... Ja, doch, ich mach's bei den Oxygen-Kollektor, nee. Da ist er. Bubble Disruptor, da. Compress-Steel, wie macht denn das? Compressor? Eins, zwei oder drei, Susi? Drei. Drei. Ich lass dich nie wieder aussuchen. Weißt du, was ist rausgekommen? Was? Das war am letzten Mal auch schon rausgekommen. Guck immer, ob du das in den Mindchamp-Dings clean machen kannst. Das habt ihr rausbekommen. Ein Chisel. Ich lass dich nicht wieder aussuchen, das steht fest. Ja, ich krieg Eisen raus. Läuft. Läuft. Warte, aber noch was. Das haben wir jetzt. Jetzt können wir uns an die... NASA-Wirb-Bench machen, da kriegen wir Compress-Aluminium raus. Da kümmere ich mich auf jeden Fall drum. Das ist sogar mein Gebiet. Ähm... Da stand ein Sissi in mir. Ich wollte wissen, was da drauf steht. Was steht denn drauf? Ha! Schon drauf. Okay. Das und... Hä? Hammer. Das. Das. Oh, ich muss die Blöcke clean machen. Ja, ich hab doch alles. Rocket Fuel Bucket oder Kohle? Was brauchen wir? Rocket Fuel, oder? Äh, ich glaub, es sind voll, wenn wir das Rocket Fuel nehmen, ja. Und ein Reward Bag. Äh, Melvin und Tyrox. Wie war das heute mit Spawn, Paul? Äh... Das erste Ei hab ich. Oh, nein. Wow. Nein. Ähm... Glückwunsch. Jetzt müssen wir hier ganz kurz mal was testen. Der kriegt Saft. Oh, dieser Stern. Der deinen Namen trägt. Äh, wieso kann ich da kein Kabelstone reinlegen? Ja, das ist der andere ist. So. Das hier ist der zum Craften. Das ist der da oben. Triple Compress, Kabelstone. Nee, ich wür... Mach ich in den D-Compressor? Hä, das ist doch aber ein Hammerer. Der müsste doch alles clean, Herrmann. Automatic Hammerer, ja. Ich kann kein Kabelstone reinlegen. Vielleicht geht das doch erst ab Kies. Das wär doof, dann... Kommt der wieder weg. Ähm... Ach, dieser Stern. Scheiße, dafür brauch ich ja diesen Kompressor. Den Hammer schon. Wirklich? Ja. Du meinst den von Galactic Science, oder? Ja. Oh, da drauf hinaus hat es jetzt hier gearbeitet. Gut, ähm... Darf ich den kurz mit... Nö, darfst du nicht. Wenn es fürs Ender-Portal ist? Äh... Weg deinen Arsch hierher und benutzt das Ding endlich mal. Alles klar. So, Kohle... Ach du heilige Eisen brauch ich ja, ne? Oh, lol. Wieso haben wir... Okay. Okay, Oxygen... Ähm... Kollektor... Jetzt geht das doch im Ziv noch besser ab. Bubble Disruptor. Okay. Äh, haben wir irgendwie Pfeile oder Federn? Federn. Eine. Wow. Ja. Pfeile haben wir leider nicht. Basic Power. So. Oh, ich zwei. Da mehr war doch das hier war das doch noch. Okay, Tin. Tin, 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 Tin. Habe ich irgendetwas, was man wiederfinden kann? Jetzt, wir haben zwei davon. Alter. War noch irgendwas? Ja, gut. All the drugs, more power. Mg, gut. Und Solar Pindle 2. Dafür braucht man ja wieder Dash, Klober. SI, SI, SI. Solar Pindle 2. Blaine Block, Blaine Block, Blaine Block. Compressed Steel. şey ... ...BW und Oxygen. CeCe? Mhm. du kriegst jetzt eine aufgabe von mir oder hast du gerade irgendwas wichtiges zu tun ich wollte gerade auf den nächsten gestern arbeiten ab wir brauchen rubber das kriege ich sogar aus zuckerrohr wohl damit wir das solar pendel upgraden können auf solar pendel 2 dafür kriegen wir drei iridium christel aber es ach nee warte mal das brauchen wir dafür nicht das ist für andere solar pendels dass wir mehr energie haben aber trotzdem kann man das gut gebrauchen das bei unserer sieb hier oben das alles noch mehr ist zucker oder darf ich das verwenden für was brauchst du das genau für deine quest um kokain herzustellen ja nimmst ja wie oben wächst genug wer hätte ich lange weile wird das automatisieren aber irgendwo habe ich keine lust drauf kohle rein holz raus holz raus das rein ach du heilige scheiße ich weiß wie viel ten wir haben nein aber du wusstest mir bestimmt gleich verraten fast vier stecks äh tin äh ingots oder dieses in ingots fast vier stecks ne fast drei fast drei tin oder aluminium tin ganz einfach ihr bekommt doch immer diese ähm von den reward bags diese tin kanister ne ah ok dann machst du den dekompressor und bekommst du massenweise tin raus so hier habt ihr den kompressor ich mach da raus immer wieder essens kanister das gute ist das gute ist du ist es auf und kannst es wieder verwenden ja ich weiß deswegen mache ich daraus immer wieder neue futter dinger ach ich brauche jetzt kohle scheiße wohl nee warte mal ich brauche gar keine kohle was bin ich eigentlich nein ich brauche keine kohle nein 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 ich habe was dabei ach so ich wollte jetzt das hier unten endlich mal automatisieren das alles automatisch einsortiert so extrem disrupter dinge brauche ich 1 2 3 4 das beides sind 6 14 14 stahl brauche ich ok stahl machst du noch mal wie geht es jetzt an die workbench von galactic craft ähm was gehst du jetzt an die connected craft ähm nasa workbench näher an den äh bubble mit dem rufblasen da stimmt ja da war ja was so warte mal wenn ich ja genau dann ich glaub sollte ich zuhören und das war jetzt ne ernst gemeintefrage weiß ich nicht 8 auf groß nur eine raus das sind 8 oder genau 8 9 12 12 13 14 der ist er komm herr der ist er komm heute zu gast ja oh gott was macht tyrox sein hund ich weiß es nicht sitzt auf seinem schoß und fängt an zu vibrieren weil er sich für eine katze hält wie nennen wir diese folge tyrox sein katzenhund zu gast genau genau ach shit jetzt muss ich das hier noch miteinander verbinden ah scheiße ja gut okay das mit dem strom kann ich heute höchstwahrscheinlich vergessen dafür braucht man nämlich massig eisen mit dem generator ja wie viel eisen brauchst du denn wir haben da noch ein bisschen was an meteoren was mal klein machen und dann so craften können und du wirst schon wie es meiner warte kann man damit wirklich was anfangen du kannst die meteore klein machen und dann kriegst du eisen äh broken iron ore raus ist klar hatte man nicht aus dem broken iron ore noch irgendwie normales iron machen ja wenn du vier stück davon zusammen craftest wir haben hier 42 meteore aber ich habe jetzt äh ähm 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 moment ähm ne dann gut dann haben wir genug also ich muss selber gerade erstmal hier gucken wir haben jetzt über den stack iron auf jeden fall schon mal ja mein eisen ging halt darauf die ne ähm ja wir haben jetzt so zwei stacks eisen ähm mit den 18 stück die ich im inventar habe läuft irgendwie ja das lass ich hier durchlaufen ich komm gleich wieder ja ich muss erstmal auch durchbrennen lassen alles bei mir aber ich bin soweit dass ich sagen kann genau ja mach ich kurz diesen komischen ähm dar harvester bei uns weg und dann mach ich da kurz ne bubble hin und dann ja so achso äh sissi du brauchst für irgendwas diamanten oder? jaaa ich weiß aber nicht mehr für was ähm hier wenn ich nicht weiß für was brauchst du kannst du es eigentlich einsortieren oh bisschen was hm kam alles durch sieben wir müssen die lernkisten mit irgendwas erstmal befüllen sonst wird dort äh sonst werden dort Sachen einsortiert die nicht rein gehören ok die frage ist nur mit was am besten ähm Ja, mit was am besten? Das ist jetzt das Problem. Die Kiste müsste da sein. Sissi, du brauchst nicht zufälligerweise Tin, oder? Auch? Da, da, da. Ja, was weiß ich, was scheint zu kriegen. 16. Du hast mir 64 gegeben. Ja, das sind 16 Eisen hier. Klappt zumindest nicht, dass wir das schon eingesortiert haben. Tin?